Ja hallo, ich wollte mich nur noch mal kurz melden, von wem, dass hier in letzter Zeit so wenige Videos gekommen sind. Ich weiß, das lag einfach daran, dass ich irgendwie nicht so richtig viel Zeit hatte und so weiter und so fort. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich hoffe es wird in den Ferien wieder mehr werden, die sind ja bald. Heute habe ich auch vor, jetzt den nächsten Part World Fashion of My Gathering hochzuladen. Und zu Check 2, da habe ich zwei Ideen, wie ich das hinbekomme, dass ich das wieder aufnehmen kann. Und ansonsten habe ich immer noch eine Notlösung, die ich dann zur Not wieder durchsetzen werde. Äh, umsetzen werde, wie auch immer. Also es wird auf jeden Fall demnächst ein weiterer Check 2 Part kommen. Darauf könnt ihr euch freuen. Und ja, wollte ich nur kurz Bescheid sagen. Also, ne, man sieht sich bei den nächsten Projekten. Bis denn.